Was glaubt man los, die Falte Hose dir und jetzt Let's go, jetzt machen wir weiter mit der Story, jetzt bin ich da auch gespannt, wie das ganze verlaufen wird, Zeit zum trainieren, genau, wir müssen ja jetzt mit Sinogoku und Vegeta trainieren Wird wahrscheinlich eine Trainingssession jetzt, die Map, aber ich habe viele Level gesehen, deswegen bin ich darauf gespannt, ich glaube, Cup in 3 zieht sich, aber ist nicht schlimm, das ist schlimm auf jeden Fall Und ein Avatar fehlt uns noch, haben die im letzten Part gesagt, glaube ich, ne Und ja, ich werde mein Ding jetzt ablegen, mein Great Salmon-Anzug Weil jetzt wissen wir ja, dass Great Salmon 3 Chunks ist, deswegen Müsste auch jetzt hier wieder normal werden, mit den Voice-Draps, bis gleich So, Headset Training mit Vegeta Die höchsten zwei Runden, da bin ich am Start, okay Mit der Senderbügel, der hat 20.000 Leben, könnte ich den theoretischen Ersthund rausnehmen, ich glaube nicht, ich habe nämlich keine Helden-Energie für meine Für meine Super-Attacks, ich mache einfach mal Rundets 2 wieder, Rundetside-Plays, würde ich sagen Und Ja Let's go Also Super-Jengbo-Heroes-Walk-Mission Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich kann für den Vielleicht kann ich für den einen oder anderen sprechen, wenn nicht auch nicht schlimm, also nimmst du nicht übeln Aber ich glaube Spielmodus in Dukan Ich will nicht sagen, doch, ich würde, doch eigentlich kann ich ja schon sagen, fehlt schon Aber ich denke nicht, dass es in nahe Zukunft, wo du irgendwann wieder kommen wird, weil die Dukan, JP-Form, gibt es schon seit vier Jahren Und ich glaube Und ich glaube, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es nach vier Jahren, wenn man jetzt sagen, wenn man die Führung in Dukan, PvP ein Ob es dann Weiß nicht, ist schwierig, weil nach vier Jahren erst PvP einzuführen in ein Spiel Das könnte sich auch negativ auswirken, weil es ja nicht so, dass, okay, du führst PvP und das war's Nee, weil das könnte sich auch negativ auswirken im Sinne von Dann würde es, würde es auch PvP-Karten geben, man müsste für PvP-Karten Summonen, ähnlich wie in Blazing und so, tralala Da könnte ich schon ein, da, die Balance könnte ich schon ein bisschen Könnte natürlich auch positiv sein, aber es könnte auch negativ sein, deswegen Weiß, also es ist, glaube ich, mit einem Risiko Das ist nicht so einfach, ja, wir führen PvP hinzu Es ist auch, denke ich, ein Risiko Es wäre wirklich ein Risiko für Dukan, wenn sie Die PvP rausfahren würden, sicherlich, egal ob positiv oder negativ Deswegen Denke ich eher, dass sie wahrscheinlich auf Nummer sicher gehen werden Und das Spiel so lassen, wie es ist, denke ich mal Also im Sinne von, dass es kein PvP kommen wird, weil Freunde, vier Jahre gibt es Dukan schon Und ich denke auch, und ich sage, ich sage eins, solange Dragon Ball Franchise Dragon Ball supported wird Wird es Dukan auch geben Dukan Super wird weitergehen Dann wird auch Dukan weitergehen Das ist, vertraut mir Dukan ist so Dukan ist einfach, ja, das digitale Zum mitnehmen Gesammelspiel, ne, Kartenspiel Also es sind natürlich keine Karten, es sind Charaktiere Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine Und ich weiß, Dukan hat wahrscheinlich auch noch eine andere Stelle Bei vielen anderen Weil ich muss schon sagen, Dukan an sich ist echt ein gechilltes Spiel Und in der ist es halt auch geil, finde ich Ähm Wirklich, wenn du mal keinen Bock auf Dukan hast Dann hast du halt keinen Bock So Verpassen Will ich sagen, nicht viel Kannst schon noch was verpassen, aber Dukan ist einfach so Übelst das gechillte Spiel ohne Spaß Auch wenn ich mal keinen Bock auf Dukan habe oder so Trotzdem leuchte ich mich ein Guck, was abgeht Und mach die Delics und so Und wo das Und Dukan kannst du halt überall spielen, denke ich mal Natürlich finde ich dann umso geil, dass es auch Spiele gibt Wo du quasi mehr Zeit investieren musst Oder was dir so eine Konsolenspiel nahekommt So wie Legends zum Beispiel Legends hat auch total seine Berechtigung Und es nimmt einen anderen Platz ein Und ich finde es wirklich gut ohne Spaß Weil Dragon Ball gibt es schon so lange Und ich finde es wirklich bewundernswert Dass Dragon Ball Franchise immer noch supported wird Und das ist Und vor allem in letzter Zeit finde ich sehr, sehr gut Dass viel auf die Community gehört wird Sei es wegen Oh, ich rede gleich weiter Ja, gerade auch wegen so Quality Updates Ja, in Legends und Dokern Dass sie quasi wissen wollen Okay, was ist unser Feedback Was ist unsere Meinung für das und das Dragon Ball Heroes zum Beispiel Dragon Ball Heroes hat zwar ewig gedauert Aber ey, nachdem die Community das wollte Seit den letzten Jahren Vor allem so die letzten ein, zwei Jahre Da haben wir wirklich viel In Anbetracht dessen, dass man auf die Community hört Das finde ich wirklich gut Da muss es schon Props geben Und ich hoffe, dass es in jedem Spiel Noch einen positiven Lauf Sag ich mal Weil Dragon Ball Franchise ist schon richtig groß Und wenn Dragon Ball super wieder weitergeht Laut den jetzt, wie ich mal sagen Ja, laut den neuesten Wissensstand im Juli Dann wird es natürlich auch richtig geil So Das verdammt hart Aber ich werde stärker Alright Ein paar noch mit Swiftzoom übrigens werden Wir haben noch gar nicht richtig angefangen Jawohl, ich bin bereit Ich bin bereit Genau Und dieses Jahr kommt auch noch Project Z Von Dragon Ball Also dieses Jahr Ich weiß, ob es dieses Jahr kommt Aber Infos zumindest Spätestens in E3 werden wir noch Infos bekommen Zum Action RPG war das ja Von Project Z Und da habe ich auch übertrieben Darauf geschwommen, was mit Project Z Abgehen wird Also als Was ist das? Meine Vater und so haben es getraint Wir müssen sie verfolgen Ah, ok, nicht schlecht Also als Dragon Ball Fan kann man glaube ich In letzter Zeit gerade sehr viel mitnehmen Und ich finde das einfach cool Um jetzt zu sagen Alright Ich habe gefühlt in diesem Kapitel werden wir immer ein Kampf nach den anderen machen Oh, ich habe jetzt gelesen, was da dran stand Egal 24.000 Überleg gerade gar nicht, ob ich die in der ersten Runde vielleicht schon rausnehmen kann Mit 24.000 Ne, das ist das, ich versuche einfach mal Ich meine, wir sind eh voll auf das gleiche So, aber Vielleicht ist es zumindest mal ein wenig anders So vom Team her Aber sorry Wie gesagt, ich kann Bei dem Team weiß ich halt was, wo, wie ich einsetzen darf Was ich zeigen darf Und so Und deswegen Ja Schauen wir mal Ok, aber jetzt Runde 1 Können wir die Runde 1 down Ich weiß ja gar nicht Wenn ja, dann Merkst du mal 24.000 Echt schwer trägt Ne Also gut geht es in dem Fall Und Zubehör Zubehör ist sehr wichtig, Freunde Achtet auf euer Zubehör Aber Bei manchen Zubehör müsst ihr aufpassen Weil bei manchen tut ihr dann quasi die CAs Die eure Charaktere ändern Also es gibt ja Zubehör Die sind Gürtel Das ist für Stat Boost Also wenn ihr euer HP erhöhen wollt Angriff oder Abwehr Dann das zweite Was an der zweite Gefolgt davon Oh Mist Ich hab vergessen was die zweite war Jedenfalls gibt es noch eine Zubehör Wo du dann Eine neue Fähigkeit Deinem Charakter geben kannst Einer kannst du Neues CA geben Oh mit der Ah ja Ich guck mal am besten Nach dem Kampf kurz rein Nicht dass ich euch Käse erzähle Ich hab nicht gerade vergessen Was für was steht Was ist Das war's mit meinen Angriffen Hä Was Fick was Hat Berserker Roku angriffen Ich weiß grad gar nicht Na ja Ach so warte ich ganz auf jetzt Zeige genau Ne bitte nicht Das dauert zu lang Diese Anommission So und zwar Deck prüfen Hier was sag ich mit den Zubehörn Ich hab's ganz gut zeigen Weil das ist echt wichtig Könnt ihr den Story nutzen Im Online Modus nicht Denn den Online Modus Könnt ihr euch einfach Zeigen nutzen Hier Ah Schwert Dann gibt eurem Charakter Einen anderen Superangriff Also er hat dann Den Superangriff Den er eigentlich Hat nicht mehr Das dürft ihr nicht vergessen Das finde ich sehr gut Ihr gebt ihm eine Fähigkeit Und Charakter Können mehrere Fähigkeiten haben Also mein Cooler verliert Dann nicht seine Fähigkeit 1 Sondern er bekommt Fähigkeit 2 Durch den Zubehör hinzu Und die Potara O-Ringe Gibt deinem Charakter Eine CAA Beispielsweise von meinem Avatar Der hat hier Transzendierte Gottheit G Hat er bekommen Hier an der Stelle Aber wenn ich jetzt Mein Cooler geben würde Dann würde er seine Eigentliche CAA verlieren Oder jetzt Berserker Seine Berserker Force Deswegen hab ich bei den Charakteren Immer auf jeden Fall Setboost mit einem Gürtel Und noch eine zusätzliche Fähigkeit hinzugegeben Der zum Beispiel bekommt Dauerhaft dreifach Kraft Zu Beginn eines Kampfes Aber als Unterstützer Hat er dann Kraft 1 Genau Und ist wiederholbar Genau So Jetzt kommt Alma Wieder raus Kommt Let's go Aufschalt Modus Hajime PAM 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 Raksha das Score, weil ich mit meinen Kackern habe ich Raksha das Score gegeben. Easy, wie geht das hier? Final Dash! Sehr schön. Oh was, der hat jetzt überlebt? Ja jetzt, hüsch mir auf du. Er ist eh down, das verliere ich. Kann ich gar nicht verlieren. Okay, dann tschau. Oh jetzt machen die Superangriff. Guck, egal wie ich jetzt die Animation von Superangriff skippen könnte. Das ist jetzt unnötig lang. Overkill so, der ist eh down. Na ja. Egon. Sehr schön. Was, 26.000? Krank, krank, krank. Gut, jetzt B2 da. Ah ja, okay, wir sind ja... Oh, Herr mit den Tickets, BD. Herr mit den Tickets. Oh mein Gott. Oh mein Gott. The Chef. The Chef is real. RNG is not on our side today. Not today. Und weiter geht's zum nächsten Kampf. Immer zum nächsten Kampf. Ja, das war klar. Ich glaube hier... Ja, Logo. Es geht auch darum, dass wir trainieren. Aber ich folge, glaube ich, ein Kampf nach dem anderen. Jetzt geht's weiter... Das sind so meine Pausen bei den Ladezeiten. Das kenne ich immer. Und gerade war ich im Songmodus. Na ja. Und das Geniale ist noch... André More Heroes... Ist auf der Switch. Heißt, wenn man keinen Bock hat, zu sitzen oder so... Oder was heißt... Wenn ihr mal einfach mal im Bett chillen wollt... Und einfach nur 1,2 und zacken wollt... Dann könnt ihr das ja auch im Handheld-Modus. Das ist richtig geil gemacht. Switch ist wirklich cool. Das sind wirklich sehr gute Hybrid-Konsole. Muss schon ehrlich sagen. Stationäre und... Handheld-Konsole. Laut Gerüchten sollen jetzt bei der E3... Äh... Zwei neue Versionen vorgestellt werden von der Switch. Eine Light-Version nenne ich es mal. Beziehungsweise, um es einfach zu sagen... Eine Handheld-Version. Diese wird günstige Kost... Also, das sind alles Gerüchte, Freunde, ne? Alles noch laut Gerüchten. Ähm... Diese sollte... Dann quasi... Für diejenigen interessant sein, die... Auf Handheld... Gehen wollen. Aufs Handheld. Das heißt wiederum... Da wird man auf viele Feature verzichten. Auf so Hauptfeature wie das Rumble. Und ich kann mir auch vorstellen... Die Dock-Station... Äh... Station. Wird aber... Diese Version... Günstiger kosten. Laut Gerüchten, wie gesagt. Abermals. Und... Es... Konzentriert dann quasi darauf, dass du es... Einfach nur ein Handheld ist quasi. Also... Genau. Das finde ich aber gut. Es hilft ja eigentlich auch 3DS. Aber 3DS, 2DS, 3DS, 3DS... Kann man mal langsam wirklich vom Markt klatschen. Weil die Switch ist auch eigentlich nicht. Das ist 3DS kann nur besser. Es hat kein 3DS oder so. Aber ganz ehrlich... Darauf kann ich verzichten, sag ich mal. Ich spreche jetzt aber nur für mich natürlich. Und genau. Die erste Version wäre quasi so eine... Handheld-Version. Wo man auf... Gewisse Funktion verzichtet. Ist quasi nur für Handheld-Spieler dann... Aber kann es natürlich auch... Manuell. Oder dazu dann Kohlen. Dock Station und so. Tralala. Ich rede so als wüsste man die Daten. Aber Abermals, Freunde. Wirklich. Das sind nur Gerüchte. Laut Gerüchten. Und die andere Version soll dann teurer als die aktuelle kosten. Ich will es aber auch keine Pro Version nennen. Aber... Also... Man kann es dann... Man kann es nicht mit PS4 Pro und sowas vergleichen. Laut Gerüchten. Aber es wird halt eine bessere Version sein als die es aktuell gibt. Und die sollte teurer werden. Und ich hoffe von der Hardware her... Tun die ja ein bisschen aufrüsten. Da geht nämlich schon noch was. Zur aktuellen Zeit sag ich mal. Alles laut Gerüchten, Freunde. Wie gesagt. Ich habe da auch... Ja... Ein Artikel dazugelesen glaube ich. Ein Video auch dazu geschaut. Und... Ich bin eben auf die E3 gespannt. E3 ist halt die Sache wo alles eskaliert. Und E3... E3 wird geil. E3 wird hoffentlich geil. Sag ich mal. Dies Jahr. Falls... Ein oder andere nicht weiß was die E3 ist. Ist quasi ne... Wenn euch Gamescom was sagt. Gamescom ist ja so eine Spielemesse. Die Videospielmesse. E3 ist dann quasi... Das. Also Gamescom aber international. Das ist eigentlich Main. Also Hauptmesse für Videospiele ist die E3. Genau. Gamescom ist halt so in Deutschland sag ich mal. Genau. So um es kurz zu sagen sag ich mal. Und ich glaube ich schon was auf der E3 abgeht. Ist... E3 ist glaube ich immer in L.A. oder? Kann das sein? Glaub ich schon. Wie krank das zwar E3 immer angesehen. In so Nintendo Directs immer Live Präsentation. Das war so geil. Die... Aaaaah. Als damals Ding vorgestellt wurde. So Twilight Princess und so und Tralala. Total ausgetickt. Was ist jetzt los? Oh je. Was für die jetzt hier? Hat sie sich verlaufen oder was? Savardo. Aua. 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 Hadef. Zawardo. Legit. Jedenfalls das war der Einfriermodus. Und ich weiß nicht ob der Klamer hat oder nicht. Also könnte auch sein, dass das rausgeschritten wurde von mir. Aber ja. Nur damit es gehört hat. Jetzt aber. Was kein Klamer hat ist meine feine Flash in dein Gesicht. Kackarot. Komm ran Junge. Oh mein Gott. Raus mit dir. Komm. Kein Bock mehr auf sowas mit dir. Kackarot. Training. Maining. Hier. Bam. Bei der Boom. Shit. Immer wenn ich das so ansagen will. Bam. Ja. Nice. Hier sehr schön. Kamehame. Geil. Ciao. Genau. Die Seine Goku. Seine Klamotten sind geil aus. Finde ich. Die sehen echt richtig cool aus. Okay. Cool. Dann auch so viel zu dem Kampf. Ich denke wir müssen jetzt zu Not switchen. Und mit dir ein paar Trainingskämpfe machen. Wie geht es dir weiter? Du musst wahrscheinlich zu Not wechseln. Oh. Komm schon. Es ist der Drop. Hey. Das Rugueta. Na. Was macht der da? Der hat sich verlaufen. Oh Mann. Ich hab wieder auf Tickets gehofft. Schade. 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 Okay. Wir müssen zu Not wechseln. Ja. Nein. Danke. Was mich gerade gefragt habe war. Ob mich jemand anderes mitnehmen kann. Statt Not. Weil ich würde auch gerne mal die Decks der anderen sehen. Also jetzt wenn man sich trennt. Weil nicht ähm. Am Anfang gab es gar nicht erwähnen mit dem ich kämpfen will. Aber wenn man sich trennt. Nicht dass quasi Not. Oh Mann. Mit Not spiele ich jetzt. Geh. I don't wanna know. If I play. I don't wanna know. Warte. Der Kampf kann dauern. Mit Not. Mit Not hier im Deck. Oh. Mein Gott. Yes. I don't wanna. Egal. Oh je. Vegeta ist aggressiv. Oh mein Gott. Bam. Oh wie langsam. Trotzdem verliere ich. Oh wie langsam. Ja. Das ist jetzt zu langsam Samar. Das irritiert mich. Hehehe. ICH자. Boah, das irritiert schon, wenn ich zwei mal zu lang ist. Der Machine ist immer an deiner Seite! Ah, so jetzt. Modul gewählt. Ich glaube, jetzt kann ich den... Ah, ich glaube, ich habe zu wenig Heldenenergie. Ah doch, du kannst sie versöhnen. Genau. 1, 2, 3, 4. Danke. Was? Spaß, kein mehr. Du 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 du. Oh mein Gott. Ziehmodus. Du 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 du. Mal platzen, Junge, Mann. Junge, zieh neun, ey. Andere Sache. Ja, jetzt. Dragon Ball Heroes. Gibt es jetzt außerhalb von Japan. Was ist da los? Nur da konnte ich für Dukan Global kommen. Ich hoffe es. Und eigentlich sollte es. Es sollte jetzt nämlich keine Probleme geben. Weil letztens ist auch im Westen lizenziert. Übertrieben drauf. Gespannt. In der Regel gab es immer neue Dragon Ball Heroes Charaktere, wenn es ein Jubiläum gab. Also einmal im Jahr. Oh. Was? Not. Wer zum Super Seen. Alle. Jaaaaaa. Wie sieht es jetzt aus? Wooow die Fresse. Boah, wie krank. Wie nett. Bin ich nur um dabei. Nein. Knoppa, komm. Jetzt reizt es mir. Die Kämpfe dauern so lange. Upsa. Nein! Ich wollte einfach nur weiterspielen. Aber jetzt ist es ein Exaktions-Bodus. Wer spielt so, Freunde, ab und zu, ohne Halterung? Jetzt bin ich nämlich auch im Kampf. Bam! Scheiße. Jetzt bin ich auch im Kampf. Bam! Was ist jetzt los? Mach doch mal. Bam! Was ist los? Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Würdet ihr so spielen, wenn das so gehen würde? Tenka-Trick konnte man ja so Kamera machen auf der Wii und so. Ja, nee, nee, nee. Ich mach es einfach mal. Ich tue mal so, als würde es gehen. Yeah! Easy, 10.000. Oh, grad wollte ich ausholen. Wollte grad ausholen. Ich mach es. Ich mach es nicht. Der gibt so eine Rückhandschelle. Zack! Ja, ich werde verrückt, Freunde. Kann mich auch nicht halten. So eine Session, wenn wir so eine Session mal aufnehmen. Bam! 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 Am Ende wird man, das ist auch glaub der letzte Part für diese Session. Weil am Ende wird man, bei mir zumindest, ich werde da übel müde. Bisschen erschöpft. Und bam! Und dann drehe ich halt durch. Ich weiß nicht. Legit, wenn ich müde bin, drehe ich durch. Ich weiß, warum. Ist eigentlich paradox, aber... Naja. Alles klar. Jetzt schauen wir mal. Ja, was ist, schauen wir mal. Das ist der nächste Kampf. Sollen wir den nächsten Kampf hier noch reinklatschen? Oder nicht? Ich glaube doch, wir machen den Kampf hier noch. Und genau, das ist für diesen Part der letzte Kampf. So, was geht ab? Cyborg, hola, rum! Hallo! 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 Wer ist, ich habe ne Pfehl aufgefешen. Wie Axel? Allemaal nach vorne bitte! Ihr kommt mir alle helfen! Jaaaa! Good husband! BAM! 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 Schau wieder, Gaktan! Easy! Easy! Ida-ro! Wisst ihr, wie ich auch brutal finde? Einfach so random Gedanke! Crocodile aus One Piece! Wie krank der ist, der Crocodile! Seine Stimme ist auch geil gemacht, finde ich auf Japanisch! Sir Crocodile! Wie fies der war! Keiner weiß! Ja, wow! Jetzt haben wir den... Ah, ihr könnt verloren! BAM! Schaden erhöhen, bis geht das aufheben! Das ist das mit den Buffs quasi, dass sie das aufhebt dann! Hhhhh! Hhhhhhh! Hhhhhhhhhh! Hhhhhhh! The Death Machine, Monk and Dean! The Death Machine, yawww! Hhhhhhh! Rocket! fusionsmodus wenn wir so was skippen könnte das wäre so genial ein Obst, schau ich hab da wieder stark viel auszulegen, weil ich skippen wollte naja Simo du 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 mal platz mein Sohn, raus mit dir das Set für Zeit für ein du 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 Duell alle nach vorne oh mein Gott ja 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 blauui ja mau sowas sehen oder ja 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 BAM 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 Raus mit dir BAM BAM Ich du bist wieder zurück BAM Ich du bist wieder zurück Ich du bist wieder zurück BAM 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 Oh nein, geht es in Runde 3 oder was? Depp Machine, mach was! Wow, was? So geil, Action für so wenig Schaden. Oh mein Gott. Oh, sinnlos, noch eine Runde. Das geht doch nicht. Ich, oh Mann. Das geht doch nicht, ey. Das können wir nur spielen, ey. Oh Mann, ich muss was deathen. Aua. Ey, lass mich in Ruhe. Nein, ich konnte es nicht deathen. Oh oh. Nein. Vegeta, nein. Au. Diese Runde ist so sinnlos gerade. Kommt alle. Ultimative Einheit. Ach so, du bist gleich der Einführer. Hau ab. Hau ab, du. Mit drückt, ey. Ey. Was ist jetzt los? Klage. Und jetzt? Ach so. Okay. Kommt alle nach vorne, sag mal. Was ist da los? Beendet diesen Kampf. Sonst geht es zu lang. Oh mein. Das gibt es doch nicht. Legit. KAKKAROTS. KAKKAROTS. Ich hab das verriegt. Mach es. Easy. Danke. Miracle. Miracle. Oh je. Ja, super. Hau dir raus jetzt. Lang langsam. Ist lang für die Punkt. Ist lang für die Punkt. Brr. Sehr schön. Halleluja. Ist der Kahn vorbei. Oh mein Gott. So. Jetzt. Wie geht es weiter? Also wir machen Schluss jetzt für den Part auf jeden Fall. Aber ich will nur wissen, ob nicht der Deck weiter kann. Sieht so aus auf jeden Fall sehr. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, ich bin auf jeden Fall fürs Zusehen. Danke, dass ihr alles mitgehalten habt. Ey. Was ist das? Ah, ich kann ja nicht rein, weil ich darf eins bei keinem Ultra-Schuss hab. Naja, nicht schlimm. Okay, mach ich dann auf jeden Fall noch. Jedenfalls sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis dann. Peace.